So sieht das Ganze schon besser aus? Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich sag euch, krieg dich. Also grün ist meine Farbe. Huch, jetzt habe ich dich aussehen. Oh, nee, das wollte ich nicht. Warte, warte, warte. Wollte hier auf dir. Ja, gut. Mein Finger hatte Tourette, tut mir leid. Ach so, okay. Verdammt. Ah ja, Shift, ne? Ah, verdammt. Aua. Shift! Oh shit. Bist Tourette gegen die Wand geflogen? Wo bist du hin? Ich bin weit, weit weg. Da, 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 ich seh dich. Bist du rausgesprungen oder so? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ach, du lebst noch. Okay. Ich bin tot. Ich bin tot, ja. Beim Aufprall gestorben. Alter, jetzt wird das Drogenkartell. Mit Penissen an den Türen. Echt? Ja, freut dich mal zu mir. Moment. Ich nehm jetzt das beste Ding hier überhaupt, oder was? Das hier? Ne, das da was. Wenn, 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 wenn. Bye, bye, Baby. Bye, bye, Baby. Oh, oh. Er fällt. Guten Tag. Guck es an. Yeah. Yeah. Ah. Okay, ich fliege. Ah, okay, du fliegst. Moment, ich komm auch grad mal. Wo bist du? Unter dir. Unter mir? Ja, so gut wie hinter, unter dir. Okay. Lieber vor mich. Lieber nicht. Ich hör dich. Ui. Wow. So. Au, du hast mich getroffen. Sehr gut. Naja, das ist mehr. Weißt du während des Fliegens die Jets? Ja. Ich suche ständig mal. Es gab einen so einen ganz schnellen, ne? Meine Freundin schreibt gerade über Steam. Du müsstest dich mal hören. Haha. Was dagegen? Ja. Okay. Ich komme. Ach, hier startet doch das, ähm, die, die, die Mission. Ja. Also das, ja. Wow, 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 wow. Sorry. Tut mir voll leid und so. Ich hab einfach alles zernichtet. Ich komm mal raus. Dann, dann. Dann, dann. Hier die. Du, 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 du. Anna? Vielleicht treffe ich dich? Treffe ich dich? Mit was? Hab ich dich einmal getroffen, glaube ich, oder? Ja. Einmal hab ich dich getroffen. Alter, wer hat das denn alles gestört? Gibt's ja wohl nicht. Schweinerei, sowas. Mönn. Alter. Lebst du doch? Ja, ich lebe. Bist du auch gerade noch so abgesprungen. Ja, uah, abrufe abspringen. Ich hänge an der Feldwand. Ich komme. Guck mal da drüben, da kann man noch darüber rutschen, glaube ich, oder? Stimmt, ja, kann das sein. Komm, das machen wir mal. Wollen wir mal sagen, das ist ja schon cool. Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht, also ich hänge jetzt immer so rum. Ich bin eine Pinata. Warum hängst du da? Ja, ich wollte da dran runterrutschen, aber irgendwie ging das nicht. Ja, okay. Fliege. Entfalle, meinte ich. Ja. Gut, dann halt so. Ich komme. Scheiße, warte. Ich komme. Okay. Hi. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ich war auf die andere Seite. Yeah, und jetzt den Berg runter. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh, oh. Schon mal, wenn ich mich überdacht habe. Oh, fuck. Ja. Cool. Ich gleite einfach mal. Äh, ja. Du bist explodiert? Ja, ich lege aber immer noch. Okay. Hm. Hat fast funktioniert. Äh, äh. Ich möchte gerne raus. Hast du gerade echt mit einem Boot? Hey, komm, schräg ein. Oh, oh, Gott. Ja, und du überlebst, ey. Ja, klar. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt bin ich runter. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Hallo, ich heiße nicht umsonst Ente. Ja. Alter. Alter, was ist das denn? Mal hier das mit den Ultra-Boys. Yo. Es hat Raketen. Yo. Yo. Ey, da kannst du mit abheben. Also hiermit ja. Könnte ich gleich. Vielleicht. Äh, nein. Oder ich flieg einfach unter Wasser. Überschlag. Oh, shit. Ah. Autsch. Ja, mein Boot hat sich verabschiedet. Ich fliege. Ich fliege mit meinem Boot. Ja, das ist lustig, gell? Hm, hm. Ja, gut. Wenn man sonst nicht fliegen kann, dann halt mit dem Boot. Ah. Das ist schon lieber. Über den Wolken. Dam, dam, dam. Kann man Boot fahren so richtig schön. Ja. Ich fliege jetzt auch mit meinem Boot. Das ist hier kein Ding. Ich habe irgendwie was an 700 kmh drauf. Eben so 720, 730. Dann geht's wieder runter. Ich spring mal ab. So, sehe ich dich irgendwo. Mach mal Slash TP Skull. Skull? Skull, also Totenkopf Skull. Komm mal. Ah, du bist auch da, okay. Ach, die Totenkopf-Insel. Ja. Hier gibt's bestimmt viel zu zerstören. Ja. Ich seh's auch gerade. Und dann machen wir alles kopfzerstören. Echt nicht? Nein. Ach, vielleicht weil das DLC... Weil das DLC nicht klappt. Oh. Das... Ja gut. Ja, ich schiebe vier auf einmal deswegen. Finde ich ganz lustig. Also von daher. Nur drei Pipen heulen. Boah. Shotgun, Shotgun, Machine Gun. Riffle. Äh, 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 äh. Ich mach mal Machine Gun. Nee, nee, nee. Mach ich mir mich das nicht. Rocket Launcher. Irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Rocket Launcher. SMG. Ich glaube, ich nehm einfach Revolver. Oder nee, ich nehm die beste Waffe. Ach, du bist runtergegangen. Oder wo gehst du hin? Hier ist ein Traktor. Hier steht einfach random ein Traktor. Yeah. Yo. Über zwei. Stirb. Meinst du mich? Ja, komm her. Ich seh nicht mal deine Raketen. Da. Fürchte mich, ich bin Kim Jong-Un. Fürchte mich. Oh scheiße, ich hab die auch eben gekauft. Warte, hab ich auf kaufen geklickt. Oh mein Gott, was hast du denn da an? Geil. Ich kapere dein Auto. Alter, das ist halt... Gib Kumi. Okay. Schifft. Yo, 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 yo. So heiß aus, yeah. Was ich mir grad mache. Du machst es dir grad. Ja, ich mach's mir grad. Wie ist es? Ganz gut. Cool. Ich flieg grad mit nem Panzer. Bis zur Unendlichkeit. Und auch viel, viel weiter. Was meinst, wie hoch kann ich mit nem Panzer fliegen? Also ich hab jetzt... Ich bin jetzt schon in den Wolken. Ich worb mich mal zu dir. Mach das mal. Viel Glück. Äh, ja, ich fall grad nur. Super. Ich jetzt auch. Äh. Nein, ich bin grad... Meinst du, ich sterbe? Ich kann mir grad unter den Rock gucken. Meinst du, ich sterbe, wenn ich jetzt einfach so ins Wasser... Ich kann mir nicht nur unter den Rock gucken. Alter. Ähm. Meinst du, ich sterbe, wenn ich einfach so ins Wasser eintrafe? Keine Ahnung. Ich mach grad nen Sturzflug auf die Erde. Von daher. Ja, ich auch. Also ich mein, mit nem Flugzeug. Achso. Ja. Das ist klar, ob nem Flugzeug einsteigen hast du was. Yeah. Das gibt ja immer noch schon was. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich fahre ganze 720 km im Haufen. Äh. 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 Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot.